Bis zum 30. September nimmt das Magdeburger Kulturbüro Förderanträge für freie kulturelle und künstlerische Projekte im Jahr 2021 entgegen. Schwerpunkte der Förderung sind öffentliche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen, Vorträge, Kurse und Workshops. Die Förderungen erfolgen vorbehaltlich der Bestätigung des städtischen Haushalts 2021. Projekte, die bei der Antragstellung bereits begonnen haben und vorhaben, deren alleiniger Inhalt die Produktion von Büchern, Broschüren, Publikationen, CDs und ähnlichen besteht, können nicht gefördert werden. Das verbindliche Formular und die Förderrichtlinie des Kulturbüros sind online unter der eingeblendeten Website zu finden.